... eigentlich schon geklärt, Quattwo eingewechselt, braucht viel zu lang und das ist Christian Beck. Christian Beck, 91. Minute, 10 Stunden macht er kein Tor und jetzt so eine Traumbrude. Unfassbares Tor, natürlich der Siegtreffer für Magdeburg. Der Jubel auf der einen Seite, der Frust auf der anderen. Quattwo auf Beck, wie kann man den so machen? Die Mission Rückkehr in den Profifußball. Osequadro 1-1, was ein Tor, der Eingewechselte.